Heute unternehmen wir einen kleinen Ausflug in einem Ruderboot. Angenommen, du befindest dich in einem Ruderboot auf einem Fluss und ruderst ganz für dich und Gedanken versunken vor dich hin. Plötzlich gibt es einen heftigen Ruck am Bootskörper und du schreckst auf. Du guckst dich um und siehst neben dir, dass sich ein leeres Ruderboot gerammt hat. Das ist seltsam. Niemand sitzt da drin. Wie reagierst du jetzt auf diesen Zwischenfall? Fühl mal in dich hinein. Nichts ist passiert. Vielleicht wirst du dich wundern und dich fragen, wo kommt das Boot her? Hat es sich vielleicht irgendwo losgerissen? Vielleicht muss ich irgendwie zusehen, dass ich es heile irgendwo an Land bekomme und dann rudere ich weiter. Du bist relativ unaufgeregt, vielleicht ein bisschen überrascht, aber mehr nicht. Nach einer Weile setzt du deine Reise im Boot fort, bist wieder in deiner Welt, bist ganz bei dir. Und plötzlich kracht es erneut an deiner Seite. Wieder hat ein Ruderboot dich gerammt. Aber dieses Mal sitzt jemand da drin. Du guckst den Menschen erschrocken an. Doch wie reagierst du jetzt? Fühl in dich hinein und sei ganz ehrlich zu dir. Wahrscheinlich wirst du nicht so ruhig sein wie vorher, sondern den anderen Menschen vielleicht anmachen. Können sie nicht aufpassen? Sie haben noch gesehen, dass ich hier bin. Wieso sind sie nicht woanders lang gefahren? An dieser Situation kannst du sehen, wie das Ego reagiert, sobald ein anderer Mensch an einer gleichen Situation beteiligt ist. Ist man für sich allein und es geschieht etwas, nimmt man das vielleicht mit einem Achselzucken hin und denkt, okay, das ist zwar ein bisschen merkwürdig, aber so ist das. Aber sobald eine andere Person involviert ist, neigen wir sofort dazu, die andere Person anzugreifen und ihr die Schuld in die Schuhe zu schieben. Warum hat sie oder er nicht aufgepasst beim Rudern? Die hat doch gesehen, dass ich da war. Und wer von hinten aufhört, hat immer Schuld, wie im Straßenverkehr. Weil unser Ich entgegen unseres Glaubens aber meist überhaupt keine Ahnung hat, was warum geschieht, entsteht dadurch ein Gefühl der Unsicherheit oder Angst. Und deswegen will es seine Unsicherheit kaschieren, indem es auf Angriffsmodus umschaltet und so tut, als sei es kontrollierend stark und beherrscht. Und vor allem, es tut immer so, als habe es Recht. Also wird der andere angegriffen. Der andere ist Schuld an dem, was geschieht. Das Ego ist selten auf Kooperation aus, sondern vielmehr auf Konfrontation. Das ist seine Natur. Durch diese negative Energie des Ärgerns oder des sich über einen anderen Erhebens oder des Recht haben Wollens, erschafft sich das Ego negative Energie ran, mit dem es sich ernährt. Nur so kann es bestehen. Wenn es alles im Einklang empfinden würde oder wenn das kleine Ich, was wir haben, das Leben einfach so fließen lassen würde, wie es das tut, wäre ein Großteil des Ich-Apparates überflüssig. Wir würden natürlich noch unseren Verstand gebrauchen für konstruktive und praktische Dinge, aber im Grunde, wenn die ganzen Verteidigungs- und Angriffsstrategien wegfallen, ist das ganze Geplapper, das Überflüssige vorbei und unser Ego ist mehr oder weniger unnütz. Mithilfe der kleinen Reise in dem Boot konntest du merken, wie sehr unser eingebildetes Ich auf Angriff und Verteidigung ausgerichtet ist. Hier geht es einfach nur darum zu erkennen, wie unser Ich funktioniert und wann es wie reagiert. Das ist natürlich nur ein kleines Beispiel, aber ich finde es ist sehr hilfreich, weil man sich das gut vorstellen kann, weil man diesen Vergleich hat zwischen dem leeren Boot und dem Boot, in dem jemand sitzt. Aber da das Leben und die Welt nicht leer ist, also nicht leer an Menschen, sondern immer irgendetwas passiert und wir immer wem begegnen, sollten wir achtsam sein und nicht sofort reagieren, impulsiv und das dann später bereuen. Natürlich kann es sein, dass wir mal gereizt sind, ärgerlich oder wütend. Aber versuche, dass die Wutenergie nicht überhandnimmt oder anders ausgedrückt, sei achtsam, dass die Wut dich nicht überfordert und nicht das Ruder in die Hand nimmt. Bleib achtsam für dein Innenleben. Schädige dein Organismus nicht mit überflüssigen Ärger- und Wutattacken, sondern versuche, diese starke Energie umzumünzen, vielleicht in Aktivität, in Bewegung. So hast du eine unglaubliche Kraft zur Verfügung, die dir auch in kreativen Dingen helfen kann. Wutenergie und kreative Energie sitzen sehr dicht beieinander, sie ähneln sich sehr stark. Der Kanal ist bloß ein anderer. Obwohl die Erde bevölkert ist und wir vielen Menschen begegnen, ist das Leben an sich wie ein leeres Boot, denn es greift uns nicht an. Wenn wir es so betrachten können, können wir jeder Situation gelassen entgegensehen und ganz in Ruhe auf unserem Fluss des Lebens weiterrudern.